Ich hau dem jetzt mal ne Rüttchen rein, geh auf die Idee. Alter fliegst du n'hin mit deinem Mini-Sperron. Schubst mich nicht, der ist klein. Er muss halt was kompensieren für seine Wumpe. Ist so. Gut war das. Und ne Welpe. Nein. Autsch. Da war ein Prinzip, den ich geschlagen habe. Selbe schwer. Das hab ich auch gemerkt. Ne. Einer lebt noch von den beiden. Was? Was? Ich hab mich jetzt umgebracht. Ich glaube, das wird knapp, Jungs. Ich wollte noch einen Heavy-Hit draufsetzen. Ich gab niemand direkt drauf. Und natürlich schießt er wieder durchs Auto und ich bin froh. da hat mein Gott. Warte, warte, warte. Pitti rät's. ich finde ich ja mache ich lasse mich nicht auf hin ist du und die nächsten mal kristen aus manisch und du liebst moin raffi Ist er im Stream oder was? Ah jo Moin du Franke Oh, das war der D-Spawn Normal Nehme A Oh 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 Das mischt um die Eck er meint er kommt aus bayern durst frise sag ich doch franke schießt doch nicht mich ab sondern auf dem boss wenn ich habe das mal ein jetzt sagt machen jetzt so als wenn ich fett wäre ist das nicht da sind immer noch mails Jetzt, mord ich, du hast zwei Wäldchen. Stimmig. Ja. Ich bin das, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, 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 ich bin da. Jetzt, das werde ich noch nie. Dafür, das ist voll. Ich bin da, ich bin da. Blech, die meth! Ich bin da. kommt gleich in meinen brunnen von meinem brunnen aus könnt ihr die alles kaputt schießen auch was von goblins geschildert wird um bist du tot und eine posse ist diese scheiß schwarze bubble abbekommen bin irgendwie gestorben so okay diese die kürze Come on, komm doch raus. Come on, komm, 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 komm. Okay, scheinbar nüt, ist klar. Okay, scheinbar nüt, ist klar. Okay, der war nicht so gut, der war richtig scheiße. Also bemerker, Pfeil auf den Unstoppable Overload Champion schießen und dann werden alle angebunden. Okay. Wie vorhin, Pity, wählst du. Keine Leichenbogen. Nur noch. Ich hatte Leichenbogen. Ich habe hier fünf Päckchen rumgedrückt. liegen hier 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 ja ok 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 jetzt ok 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 was was ruhen das des m ich habe mir einen bisschen länger gehen lassen und dann... Ehh, schubst du mich nicht! Komm! Komm put 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 put! Das war gut! Komm! Komm! Und Standort! Echt jetzt? Musst du dein Würde Schild jetzt einmachen? Du dummer Mongo, dass mein Schurikel abgefallen ist? Komm ran hier Schatzi! Was ist los? Ja! Ja, das schützt man eigentlich nur dann, wenn... äh... Ich probiere ihn auf eine gewisse Farbe, oder... Finishbar! Forward! ... 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 ja wenn der sniper nicht mehr druck schießt auf den boss sorry war gerade mit dem beschäftigt da war noch zwei jetzt noch drei jetzt wieder zwei jetzt ein reißendes weg wenn das fünf schluss muss scheinbar bogen jetzt noch machen ein reiziger so wenn ich mir Ich bin runtergefallen. Bist du denn da runtergefallen? Ich bin runtergefallen. Was für eine Frage. Ich traue aber generell an die Ego-Fotos. Ich bin jetzt bei 35 mit Atemkraft und ich glaube 45 braucht man nicht. Das muss der Überlader sein. Hey, ich hab eh was. Das macht Spaß. Ist gestunt? Ja. Boah. Also je nachdem welche Maske du willst, trotzdem ja auch noch ein Arzt bei Geld. Das kostet nicht mal die Lente-Spiele. Das ist ja richtig. Also bei Ewa kannst du welche gegen Fendi fahren. Und da... Aber genau. Da war der so... Hast du wieder runtergefallen? Hm. Ich hab das noch auf der Ecke. Ich hab das noch auf der Ecke. Ich hab das noch auf der Ecke. Vor allem... ...und drücken uns Leute. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Au. Tschornig. Loll. Äh. Äh. Oh ne. Ich hab das nicht mehr. Zum Beispiel, dass ich mir im Ewa wer sind und... ...n. ...Ehm. ...Demhaut drauf und dann äh... Würdest du dann einen Pfeil hin machen? Nö. Der fliebe auch für Bossraum. Ja. Bist mir beim Bossraum sein. Ist ja wieder voll. Oh, hallo. Oh. Äh, jo. Der hat mal das Knick gebrochen. Das hält von deinem Pfeil, alter. Okay, bin zerfritzbar. Echt? Wie kommt's denn da drauf? Indem ich noch B geguckt habe. Und B hat mal gesagt, das ist safe. Oh, Schlämpchen. Oh, Schlämpchen. Genau, der zweite... Da wird einer noch... Dann... ...zwei... ...nach... ...tricks. Dann ganz hinten. Äh, recht. Sorry. Und dann Brains. Ich glaube nicht. Come on, lassen Sie sich's tunen. Ich hab' beide gesehen, aber ich hab' nicht gebrochen. Alle drei. Ich hab' beide gesehen. Ich hab' den Fernsehen geschossen. Blöd. Nee, der... ...wollt nicht mehr. Echt? Ich hab' den noch einen geschossen. Der ist ohne gefallen. Der wollte nicht mehr. Ja. Ah, jaja. Ich hab' den noch einen. Dritter ist weg. Ich hab' den noch nicht gebrochen, aber ich hab' den noch nicht gebrochen. Ich hab' den noch nicht gebraucht. Ich hab' den noch nicht gebrochen. Hm. Ich hab' den noch nicht gebrochen? Hm. Ich hab' den noch nicht gebrochen. Kann die nicht wenigstens uns gehalten? Ja. Ja. ne ich bin nicht unsichtbar genau in die flammen wenn ich mit dem Buch habe ich gehört wule wule grubenschuh nochmal sie hat schon die tschüss aber richtig geschubst ok ja das ist halt der Auslösung nicht ja das stimmt ich hatte mir auch die Filme von ihm angeschubst auch mit viel von Filmen aber was für ein paar Filme zu sein die nicht mehr kann aber was war das denn was macht aber ich weiß nicht mehr wie es heißt dass ich die in so einem Fählen habe Mann und Frau die in so einem den 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 Und dann wollen sie nichts mehr machen, weil sie ja am Schreck gefessigt war. Er kann so oben an der Treppe einen finishen nachher. Ich meine ja, ich kann es verstehen, das ist alles aus Realisten. Oh, ich habe immer noch keine Nade. Das fällt mir jedes Mal hier auf. Okay, das ist möglich, wenn ich was denke. Ja? Ja, das hat mich dann halt wirklich... Also ich habe gesagt, ich weiß nicht, dass es ein Jahr her ist, dass ich das so verbrechen kann. Am besten den letzten Mann oben. Mensch, der ist eigentlich jemand, der relativ hart um jeden drauf hat. Aber das hat mich echt gespielt. Okay. Er hat mich gespielt. Oder willst du den hier schon finishen? Der hier ist einfacher. Warte. Amnächstens dann hole ich dich. Ja. Müsste finishbar sein. Ja. Glaube ich mal. Ja. número 6. Falls du damals auch was passiert war. Ja, heavy habe ich voll. Aber hier hast du auch rein. Bitte hoe. Ok. Ultis habt ihr alle voll? Beto? Schon seit Anfang an. Ich hab mich immer eingesetzt. Sauber Schuld. Oh, heiß. Bei mir stand Präzision, das heißt ich hab den Lasten bekommen. Äh, bei mir stand auch. Loll, dann hab ich gleichzeitig getroffen. Im Prinzip auch die goldene Mitte, wo ich jetzt gerade stehe, kommt gleich die Bubble. Und... Das war 2. Bubble, Brunnen, und 2. Alles! Na alles! Jetzt! Easy! Boah, ich hab da rausgeklatscht. Ist das?